hallo und herzlich willkommen zu einer runde endergames und entschuldigt bitte wenn diese runde jetzt nicht ganz so geil wird ich habe kaum noch zeit jetzt ich nehme das video jetzt an dem abend auf wo es am morgen um wahrscheinlich wieder um 8 uhr oder so online kommt ja deswegen gibt es jetzt eine first try vermutlich also ich hätte wahrscheinlich die first try hochlade das war gar nicht gut und ich spiele natürlich wieder mit barbare kit wer hätt es geahnt also ich hatte doch nicht spiel wieder mit einem anderen kit also ich habe immer noch keinen planen welches ich mir holen soll komm her kiste na nix so ja gut ich würde mal sagen holen wir uns erstmal ein schwert oh ja spitze ob ich auch noch eine kiste habe ich hole mir jetzt holz und mache mir ganz schnell ein schwert so dass es ja reicht bevor die schutzzetze endlich das wäre richtig mies wenn ich jetzt wieder krepp hier am anfang nein es läge die scheiße komm schnell machen abgang ich hole dich jetzt ich hole dich jetzt weil das wird es jetzt mitnehmen ah man alter das ist ein mädchen glaube ich oder zumindest halte ich sie für ein mädchen skin gut nehmen wir uns jetzt noch einen helm ich mache ihn ich mache ihn das ist mir nicht schlimm wenn wir jetzt nicht hinterherlaufen so ok das war shizzle die er ganz schnell an land ähm ja da vorne ist einer so ich kann mir eine enderpelle wegwerfen ich habe es gesehen so servus ich habe oh jawoll trank der regeneration läuft so oh hör auf da rum zu springen das nervt jetzt schon herrscht wasserturm oh man da war eine da war Verzauberungsflechte drin so schwimmen wir auf die andere Seite nehmen wir uns einen Speedblock mit und rennen wir zu dem darüber der da rum steht leckt der? ne der leckt nicht der ist ein Känguru so hab ihn so oh ja oh hab ich viel Zeug leck mir leck 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 monst den da wer ich dafür oh ne schlägt spring nur mal ins Wasser rein kann ich das holen kann ich das holen kommt alter Jolo so jetzt ganz schnell wieder raus hier bevor der dahinter kommt so und das wusste ich genau ne oh ne gut dann würde ich sagen was ist jetzt mit der Folge ich habe wirklich extrem wenig Zeit sorry dafür aber oh nö das war der scheiß Giftdrang der mich noch runter gedamaged hat noch hm oh scheiße na gut gut dann würde ich einfach sagen was ist mit der Folge sorry ich kann da echt nichts dafür jetzt ich wollte eigentlich ein guter first zwei machen aber ja hätte nicht solle sein hätte nicht solle sein also gut war es mit der Folge wenn es euch gefallen hat trotzdem gefallen hat dann lasst doch einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns morgen wieder ciao chau 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 chau